Musculus heißt auf Japanisch Muki Muki. Einige wollten das nicht glauben. Also hier der Beweis. In Japan gibt es unzählige Automaten mit Kapselfiguren. Und in einem Automaten gibt es das Ding. Muki Muki Ebi. Muki Muki Garnelen. Man weiß nie, was von den Figuren rauskommt. 300 Yen rein, Hebel drehen und schon kommt nix raus. Eine Expertin rettet meine Investition. Sie weiß, was man machen soll. Einmal auseinander bauen, zusammen bauen und fertig ist der Automat. Danach funktioniert ja auch alles und schon kommt das Beweisstück raus. Meine Muki Muki Garnelen. Muki Muki. Muki Muki Krab. Die Kapseln werden wieder eingesammelt und recycelt. Das ist der Beweis, dass Muki Muki wirklich muskulös heißt. Japanisch ist ziemlich einfach, oder?